Ich glaube, Ray hätte dir auch eine Granate in den Mund gestopft. Viel Spaß. Nice. Der ist Matsche. So muss er sein. Falls die Polizei fragt, er ist beim Scheißen explodiert. Ja. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Ray wird sich freuen. Brauchen wir einen Hotdog? Ja, Hunger hat man immer, ne? Oh, mein Hotdog, mein Hotdog, mein Hotdog. Schnell reinziehen. Ist das weit weg? Kann doch eigentlich weit weg sein, wollte ich gerade sagen. Kann auch zu Fuß hin. Ein bisschen den lauschigen Abend genießen. Jetzt rennen die alle. So viel zum romantischen Abend. Hm, jo. Kriegst du nicht. Ach, komm, noch ein bisschen. Gleich hast du es geschafft. Ups. Oh ja, 9500, er zahlt so gut, der Typ. Besser geht's doch gar nicht. Der hat direkt noch einen Auftrag. Hey. Gib. Ducky. Schmeiß raus, wen auch immer du da drin hast. So sieht's aus. Geh doch nicht hier, aber es ist gut. Im Moment, genau. Du hörst ihn auf. Geh doch automatisch zu. Okay. Where the fuck have you been? Sorry, you know how it is. I know how it is. Yeah, I know how it is sitting around with two million dollars worth of stolen ice waiting to get jumped, if that's what you mean, brains. Were you followed? No. I mean, I don't think so. This town's full of rats, so who knows? What's going on? What's so urgent? I need you to offload this ice for me. So what you're going to do for me? What do you mean, what am I going to do for you? I look after you. I don't need looking after. I need help finding someone. I said I got connections. I'll see what I can do. I'll see what I can do is not good enough. I want your word that you'll find him. Hey, I said I'll look after you. You know what? It's cool. Get someone else. I'll see you later. Whoa, whoa, whoa. Are you fucking kidding me? No. I keep doing these favors for you, and you pay shit. I need this from you. I guarantee that you will find this man. I know he's in the city. So either you give me your word or go fuck yourself. I'm sick of this shit. Fine. Fine. You got it. You want my word? You got my word. Good. Who is he? Florian Kravitch. Florian fucking Kravitch? That's right. Okay. Okay. You have my word. In the meantime, head over to the Libertonian. They're going to meet that guy named Johnny, and the two of you are going to exchange the diamonds with a guy named Isaac. Then you give Johnny half the money, the rest you bring back to me. What's he doing there? He's waiting to get paid. That'll be good. Keep things on a level. People always behave better with company. Sure. Much better getting shot by two guys than one. Is this the merchandise? No, it's my lunch. Funny. Hell fucking yes. Ab zum Museum. Ich glaube, die Mission wird ein bisschen länger, und wir sehen Johnny wieder. Und jemand, der ziemlich viel Terror macht, meine ich. Da sitzt einer drin. Bullshit. Das war nur ein Taxi. Was ist denn los, Leute? Alle besetzt. Ha. Da sitzt auch einer drin. Geht denn, Leute? What's going on? Nur fällt da hin. Oh. Ab zum Ziel, Lord. Mischen wir die ganze Bande da mal auf. That's very kind, Dicks. Renn. Renn, 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 renn. Schicke Karren. Hier wird's abgehen. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. Gentlemen, gentlemen. Pardon the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay. Let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course. No problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show them the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. The rest of you motherfuckers want to die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man. Come on! Luis kommt zu Hilfe. Unversorgten sind Tag. Aber wir haben ja das Geld. Und jetzt kommen wir ganz schnell ab. Oh mein Gott, ey. Zu denn hier. Und tschüss, Dickerchen. Müssen wir ein bisschen beweglicher bleiben in der Mission. Vorsichtig nicht, dass wir hier wieder dazwischen stehen. Das ist so nervig. Oh, genau das meinte ich. Löchen. Hier durchzukommen, wird kein Zuckerschlecken. Zu guter, die alle nur Pistolen. Sieht mir fast aus wie die Museumswache. Also nichts Großes. Die können ja nicht mal schießen, die Idioten. Hm, wo ist der Idiot? Der war doch gerade hier. Ah. Telefonieren, ne? Vollidioten, ne? Vollidioten nach Hause telefonieren. Ganz zu knicken. Okay, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Wunderbar. Müssen wir nur noch runterfinden. Irgendwo hier ging's runter. Da hinten. Einmal linksrum. Aber bis als wir die oben gekillt haben, dann schießen wir nur von oben nach unten. Das wäre nicht so lustig. Oh, Löchen. Fuck yeah, Granaten. Oh, shit. Lass mal nicht schön hier oben bleiben. Oben auch noch. Komm schon, ich darf nicht zu viel Schaden jetzt nehmen. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Rüstung. Können wir jetzt vorfraschen. Können wir sonst was für Waffen ankommen? Oh, vielleicht ne Granate da hoch. Ah, die flucht beschissen. So, müssen wir nur hier rauskommen. Ich verstehe, ich wusste es. Meine Frisse, wie viele sind denn hier? Happy Fail, Dickerchen. Was hab ich gebraucht? Komm schon, ich kann doch nicht gebrauchen. Malek. So, Akupunktur in Liberty City. So, deswegen der Scheiß hab ich jetzt auch noch einen Stern bekommen. Oh, die Karre ist aber cool. Nix da. Oh, nö, nur noch auf der Felge unterwegs. Oh, da denkt man mit dem Fahndungslevel los. Bullshit. Komm hier ganz gut vorwärts. Ja, dann fahren wir mal hier runter. Malek. Das kann lustig werden. Nur auf der Felge, Null Grip. Oh, Geschwindigkeit in die Probe rütteln zum Drehen ohne Ende. Das wollen die Cops loswerden, die Idioten. Voll. Geht doch. Ich dachte, ich habe zwei Sterne. So ein Mist. Ja, das ist die Scheiße, wenn man nur einen Reifen hat. Toll. Dann ist wieder einer. Der ist durchgefahren. Das ist so scheiße jetzt im Moment. Vielleicht haben wir Glück, wenn wir gerade ausfahren. Obwohl da hinten... Shit, einige Straße zu Ende. Wie war's mit rechts? Will, 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 will. Man hört auf, mich zu verfolgen. Okay. Kann ich mit so einer Ungeschwindigkeit in die Kurve gehen? Dämliche Scheiße, so ein Pech! Die Straße können wir ausnutzen, aber volle Pulle. Ja, dann kommt uns dann entgegen, natürlich! Vollspeed. Zwei von vorne. Es ist so ein Reiern. Wir werden die nie los. Die nerven so furchtbar. Obwohl, wir haben gar nicht die Kohle. Johnny hat die Kohle. Oh, Ravid sauer sein. Komm, jetzt mal nicht zwei von vorne. Wäre cool. Ich steig aus, ich steig aus, ich steig aus. Komm schon, volles Risiko. Boah, Glück gehabt. Puh! Kein nur so gepackt. Du, 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 du. Komm her. Jetzt gibt es Fistfight. Und du, 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 du. Oh, Roman mag mich nicht mehr. Der Eiertritt. Den, ich f- Guck, da haben wir sogar eine Karre. Perfekt. Das hat Roman uns ein schönes geschrieben. Schauen wir mal gleich nach. Melde dich mal. Soll ich wirklich mal tun, irgendwann? Irgendwann. Jetzt mal hier raus. Da-dum, da-dum. Cracky. Nico, ich habe eine Fähre. Was ist er? Na, du hast du Zeit mit dem Rest von meiner Familie. Derrick oder Ray? Ich bin für Ray. Auf geht's mit Vollspeed. Ich muss erst aus dem Auto klatschen. Das war jetzt. Immer wieder geil. Das überlebt er auch noch. Keine Körperteile abgedrückt. Nichts. Chaos. Auf zur nächsten Mission.